Das war mein Vorschlag, weil wir eine Familie hatten, die uns sehr gehofft und unterstützt haben. Das ist mein Schwiegenvater gegangen, der seit dem Ostern so schwer erkrankt ist. Weil man dann nicht recht gewusst hat, wie das verläuft und dann durch den Hausarzt, eigentlich auf den Onkopuss, was man anbordet ist. Als er noch diese Schüttelfrüchte und die Fieberschübe hatte und wir nicht mehr recht gewusst haben, wie weiter. Das ist nachts am 12.00 Uhr von der Onkopuss. Dankbar eigentlich. Also unsere Dankbarkeit, dass wir ihm den Onkopuss eröffnen können. Dass er nicht durfte, dass er nicht sterben darf. Das ist nachts nicht noch das, was wir für eine Sohn. Das ist nachts anzalta. Das ist nachts. Und dann noch das, was wir schon hier sehen, oder? Beide central anz quantum ab. Das ist nachts, die mit einem anderen Kanal anzンタraininger. Bis zum nächsten Mal aus. Das ist nachts im Karten.